Gut, so, 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 und so. Bauen wir die mal da hin und da hin. Zack, zack, und zack, zack. Und dann hier auch. Zack, und zack, und zack, zack, und zack, yay. Ja, das passt doch. Soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Hier noch ein bisschen Licht. Zack, die Bohne. Ja, da müssen wir uns nur noch überlegen, wo der Auf- und der Untergang ist. Also, der Aufgang und der Runtergang. Ähm, so, da müssen wir eins höher, also wir gehen so um die Ecke, nein, das passt nicht hier. Wir müssen hier auf dieser Höhe sein. Wir machen hier eine Halb-Step, dann könnten wir hier, hier sein. Wir müssen doch eins höher. Wir müssen auf jeden Fall eins höher. Na gut. Ist mir jetzt auch Schnurzpiep egal. Ich muss mir schnell, ist das da hinten Sand? Gehe ich doch schnell ein bisschen Sand holen. Damit wir hier mal kurz, das wollte ich nicht, da. Ja, ich muss einfach Sand holen. Da vorne noch ein bisschen Sand. Ach, genau, die könnten wir mal ernten, beziehungsweise neu pflanzen. Huch, würde ich eigentlich nicht ganz abbauen. So, 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 so. Habe ich alle gekriegt? Ja, ich glaube schon. 30. Gut, hier noch hin und hier noch hin. Dann bauen wir das hier alles ab. So, dann können wir nämlich hier auch noch überall hin pflanzen. So, hier noch, da noch und da noch. Huch. Und da noch und da noch. Schwimm, Schwimm Hex, schwimm schnell. Schwimm um dein Leben. Gut, hier bauen wir auch noch ein bisschen vom Strand ab. Der ist hier nicht so hoch, sondern nur auf Wasserhöhe. Alles andere, das wäre ja auch Humbug. Das ganze Ufer ist doch voller Bambus. Ist ja logisch. Ach, das heißt ja jetzt Zuckerrohr. Naja, ist trotzdem Bambus. Wir machen daraus Papier. Soll es denn sonst sein? So, 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 so. Der Strand ist nicht so hoch, sondern nur so tief. Gut. Hier hinten auch noch ein bisschen Sand abbauen. Ja, normalerweise würde ich das halt jetzt wirklich über Tag machen und nicht so mit euch. Aber, äh, ja. Bin ja momentan eh der Einzige, der hier das ganz live guckt. Huch. Habe ich mir den Kopf an so einem Blatt angestoßen. Auch nicht ganz ohne. Ist ja schon gefährlich hier. So. So. Wir sind hier keine Düne, wir sind ein Sandstrand. Ne. Müssen gar nicht so tun. Machen wir da gleich noch ein bisschen Erde hin, damit das nicht so komisch aussieht. So, 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 so. Zack, 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 zack. Wir haben gerade eins zu wenig, also gerade zu wenig Platz. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ach, nehmen wir einfach nochmal eine Schaufel. Hier bauen wir ein bisschen was ab. So, ja, Schweinchen ist jetzt abgebaut. Ja, muss gar nicht so blöd gucken. So, gut. Reicht das schon? Muss halt. Nein, reicht nicht. Kommt halt das hier runter. So, so, so. Ja, ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut. Hier können wir noch einen Block abbauen. Einen, das reicht jetzt auch. Ja, die Türmchen baue ich einfach, äh, damit ich wieder zurück finde. Obwohl, jetzt mittlerweile sieht man ja das Haus auch ganz gut. Ist zwar nicht so enorm hoch, aber... Trotzdem, man erkennt das eigentlich ganz gut. Wusch, 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 wusch. Hallo? Schwimm. Nicht untergehen. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen noch hier ein Haus fertig bauen. Dann können wir doch nicht einfach untergehen. Gut, das sieht so, na, das sieht so mittelmäßig cool aus. Merke ich gerade, das ist so ein bisschen eintönig. Das so oben müsste auch aus normalem Holz sein und dann wäre das ganz okay, glaube ich. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt haben wir ja schon Sand da. Haben wir noch? Ja, wir haben noch ein bisschen normales Holz. Gut, das da kommt raus, das da kommt raus, das da kommt raus, und 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 das da kommt raus. Müsst normales Holz zack 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 und halt hier Aua ja so sieht das glaube ich schon besser aus nicht gut aber besser ja vielleicht sieht das auch gut aus mal schauen Huch Nein Nein Ah man machen wir halt ein Sand Ding hoch Müsabi Jugend hier so was meint hier besser besser noch nicht gut aber besser naja doch 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 wir müssen dann halt ein Ziegeldach rauf machen sobald wir Lehm finden ja doch ich glaube das macht schon einen Unterschied wenn wir da das hier so machen ich glaube nein ich glaube das sieht schon besser aus es muss besser aussehen sonst bin ich traurig na komm schon so gut naja das macht das ganze ein bisschen spannender wir hätten es auch mit hellem Holz machen können den Rahmen den Rahmen naja ne ne passt schon machen wir jetzt mal so können wir ja das dann alles wieder ändern wenn es wenn es nicht gefällt ich bin mir sicher man wird mir das noch sagen wenn es dann nicht gefällt so in Zukunft ach jetzt habe ich denn jetzt wieder weniger Sand das macht doch keinen Sinn so zack 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 die Bohne ach das verschiebt sich einfach ins andere Reber gut dann bin ich ja zufrieden ach und jetzt hat äh hat das hier das Gefühl das gehört zum Haus aber das gehörst du nicht die weg ach wir könnten die könnten ein paar von denen mit dem mit der Schere abbauen die können wir ja sicher irgendwo noch benutzen so gut die können wir dann irgendwo als Strauch auch noch hinsetzen hinlegen hin tun hier noch alles raus zack 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 ja sehr schön das hat genau gereicht ach ich bin auch blöd ich könnte natürlich in der Zwischenzeit hier mal ein bisschen Glas schmelzen ja natürlich was so dann gleich können wir hier auch noch ein bisschen Weizen abbauen und dann neu ansehen am anderen Ort erstmal hier unser Häuschen fertig bauen zumindest den Grundriss einrichten müssen wir dann wahrscheinlich mal an einem anderen Tag so komm gut ja doch ach hier vorne muss ich natürlich auch noch aber ich glaube das sieht schon sieht schon spannender aus wenn wir wenn da noch irgendwas dran ist jetzt jetzt haben wir natürlich keine Axt mehr aber es ist natürlich alles ein bisschen ja müssen wir neue bauen zack 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 eins zwei eins zwei so zack zack in die Bohne äh auf welcher Höhe muss das weg hier ne ja hier gut hier alles weg alles weg so dann kommt das da alles wieder rein so das hier können wir wieder bauen da wieder holz rein und dann sind wir dann schon gleich fast fertig da muss natürlich auch alles noch wieder weg dann sorry ne sorry das tut mir ja leid aber muss alles weg nein wieso du da man das muss doch bleiben so ja dann könnt ihr mir ja gleich sagen wie euch das gefällt ob es euch gefällt ob es euch gefällt ihr nicht so hier noch kurz das da weg bauen was meint ihr? passt das zu? ja das Fundament